Warte, YouTube! Willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute und jetzt auch gerade im Livestream öffnen wir Hünn von den neuen, oder die gab's wahrscheinlich schon öfters, Gamer-Kisten im Pearl Shop. Ich hab mich hier jetzt auch schon reichlich vorbereitet. Und zwar hier die besten im ersten Halbjahr 2024 Outfit-Kisten. Viele denken sich jetzt, Bro, hol dir doch einfach die hier, falls man Krons will oder unbedingt Silber, obwohl es sich ja eigentlich nicht lohnt, dass man sich die Premium-Skins holt und dann Silber so quasi erzielt. Diese Kisten sind aber etwas besonders, weil erstens, das sind hier fünf Stück und das sind Gamer-Shop-Kisten. Das heißt, wir können hier einmal, zweimal, fünfmal oder zehnmal Set-Klassiker-Kisten rausbekommen, was sind Set-Klassiker-Kisten? Das sind quasi nur wie so Set-Teile und das ist hier, glaube ich, ein B-Wert. Und die Premium-Sets, diese Auswahlkisten mit Premium-Sets, die sind zwei B-Silber-Wert oder halt eine Konz. Ich hab der Komite versprochen, wenn ich hier einmal mal zwei oder mal fünfer Auswahlkisten mit Premium-Sets oder mal zehn herauskriege, dass wir da ein, zwei, drei vielleicht verkaufen für ein paar der Stünde. Leute, ich bin sehr hyped und auch sehr nervös. Wir holen uns jetzt fünf Stück von denen. Du kannst dir fünfmal fünf holen, also du könntest dir 25, oder was? Du könntest dir 25 von diesen Kisten holen. Dega. Ach du Scheiße, das geht jetzt einfach los, holy shit. Okay. Alter, okay, mit Käpt'n gut. Wir müssen Käpt'n holen, muss... Okay. Erste Kiste. Digga, wenn da jetzt einmal... Boah, fünf Präum, Digga, Ausdaufe-Trennungs-Sets wäre schon bodenlos. Wir machen das natürlich ja auch alles für den Fortschritt hier vom Player-Knowledge. Äh, und nicht natürlich hier wegen Pädoyin oder so. Ne, ne, ist ja nicht Pädoyin. So, wir öffnen erst mal eine. Jede Kiste hier ist theoretisch gesehen 20 Euro wert, ergo 2, 3 B. Hoppa, 50 Sekunden. Komm, Digga, können die 10 oder die 5? Mann. Nein, Digga. Der schlechteste Chat, der schlechteste. Oh mein Gott. Oh, mein Hirn. Okay, Leute, Kiste 2. Kommt. Leute, Konzentration, sammelt euch mal ein bisschen. Anni, wenn jetzt die 10 kommen, Digga, dann bist du leise. Und wenn nicht die 10 kommen, dann bist du laut. Machen wir 17 Sekunden. Hey, Digga, auf geht's. Nein, Digga, wie viele? Digga, das letzte Mal haben wir wenigstens ein Premium-Set-Ding bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich nur ein Premium-Set habe, wäre ich glücklich. Ein, ein Premium-Set, Digga. Anti-Flash. Das ist kein Pädoyin. Das ist aktives, ähm, aktive Forschung in Kaufgegenständen vom Pärnladen. Ja, das ist was anderes hier, was wir hier machen. Pay-to-Win wäre ja, wenn ich ein, äh, ja, egal, scheiße, oder? Wir werden jetzt mindestens zwei Auswahl-Kisten mit Premium-Sets. Oder mindestens zwei. Alles ist geil, außer einmal Set-Klassiker-Kiste. Wenn ich zwei Set-Klassiker-Kisten kriege, Digga, ist okay. Ist okay, aber einen Näh-Spiel, Näh. Dann geben wir jetzt fünf, dann hast du alles hier gut gemacht. Perlems auf die Eins. Ich truste an dich, Digga. Extra hier Content liefern. Also, ihr müsst hier jetzt mal die Kisten liefern. Aber es kommt schon, Digga. Komm, 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 komm. Primo, Primo, Primo. Nein, ich habe hier eine. Ist nur eine. Es können noch die zehn Auswahl mit Premium-Sets kommen, okay? Es kann noch kommen. Wir haben noch zwei Kisten, es ist noch gar nichts verloren. Es ist noch gar nichts verloren. Wenn ich jetzt zwei oder fünf Premium-Sets bekomme, dann haben wir alles wieder rausgeholt. Ja, oh, shit. Ich habe eine, eine. Was habe ich gesagt, Anni Flash? Was habe ich gesagt, Digga? So, und jetzt bist du ruhig. Jetzt, wir machen ihn schnell. Wir machen ihn mal schnell. Hopp, 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 hopp. Zweite. Ja, ja, ja. Zwei. Ja. Zwei. Es sind zwei. Es sind zwei, Digga. Wir haben nicht viel verloren. Es sind zwei. Wir haben drei Premium-Set-Auswahlkisten und drei Dinge. Was ist daran viel verloren? Fast gar nichts. Ein oder zwei B in Silber. Okay, Digga. Okay, also, für die, äh, wegen YouTube. Diese Kisten lohnen sich nicht, ja. Aber, es hat trotzdem Bock, die aufzumachen. Vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal sowas auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und folgt mir immer auf, folgt du natürlich live. Ich mache jetzt erstmal K an, weil die Gelder ruft. Tschüss.